Willkommen zurück zu Dark Talas 2 Im letzten Part mussten wir leider unseren Verdammt ich kann ihn nicht mehr zeigen Mussten wir unseren Zeiten zurücklassen Ähm und jetzt muss ich hier wieder rüber vor, oder? Äh hier wie immer ByFlyce BTG Hallo Hallo Ja Und da steht er sogar noch Und was bringt uns das jetzt? Nichts Du hättest ja noch raus springen müssen irgendwie, oder? Hä? Titan eingefallen, geh damit aus dem Weg Ja, mein Titan, mein Titan So Du parkst die Viecher immer echt sehr intelligent Ja, ne? Versperrt Was ist die Versperrt für offene Vollspast? Los, da oben, wir sind ja da, mein Mann Ich muss mein Titan hier reinholen Ich weiß nicht, dass du mit dem Ding da reinkommst Ja komm, du Arscher X2 Hier vielleicht? mal her muss sich hierOnd Da Daöööööh bei Schu kg die tür ist doch offen du voll spaß die du bist ja tot, du bist toddämlich hier ein tod, wer nicht unzüglicher Teinten, kennen wir auch von Zelda Hi Wie kann das mit Rage sein? Aber den fehlt Rage? sowieso Ups Metzeln mit tot und gleich vielleicht sogar Rage Girl mit dabei in dieser Session, sag ich mal, reingedrochen Bam Ah, Kiste, yay Felix Karte, endlich Boah, sowieso nicht Na ja, na dann Warte jetzt Die ist rein schon abgeblieben Butz Butz Aber sei nicht so oft Butz Ziemlich tief, ja Was ist denn hier? Was ist denn hier? Kiste Hallo Und Hallo um die Jutsu zitieren Rage 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 Hi, die Ingesel Hi Das war das Schlechte Was? Hey Asi Bist du jetzt mal Absolut schuld? Ja 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 Fühlt euch wie zuhause Während meiner Session Ist nicht schlimm Ja Fühlt euch wie zuhause Ja Asis Was ist denn? Ja Ich hab mich auf die letzte Woche Füllen wir auf die letzte Woche Füllen wir auf die letzte Woche Füllen wir auf die letzte Woche Jue beide Geist du was? Weißt du was? Ja ich bin doch Oh Offen Nein Es war ein Teil davon. Es war eigentlich relativ gut. Ja, das war's. Oh! Das war's. 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 Das waren die langen Haaren. Das war's. Das war's. und mal Ja, der wird mal ein Kleidung. Nö. Wir haben es endlich mal gemacht, dass man da erlaubt, 720 und 1.000 T jetzt machen und 400 weggemacht. Geh dir deine Handschuhe? Kieschen, voll gut. Handschuhe passen zur Schuhe und zu alles. Deswegen haben wir schon gesagt, ich hatte kein zweiter Kontrollarmverlassung, das hätten wir mal im Minecraft versucht. Jetzt sein Super Session? Das heißt Session, aber halt. Überall die Kraft wird für seine Kurzel weiter verstärkt. Bei Ernst ist die Chance, der Feind an den Kitschensorten erhöht. Das ist Ernsthaft. Das ist okay. Ehh... 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 Wir gehen jetzt mal mit dem Ausrüsten. Ja... Bist du fertig da jetzt? Ist doch schon Kontakt. Da sind die Krähen. Nochmal auf... Hier. Hier. Ehh... 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 Ehh.. Ehh... Ehh... Ende起rien... Ehh... 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 Bei welchem... Ehhh... E Krit risch... Oh Gott, hier ist es besser. Assi! Zuerst. Auf die Kühle. Rutsch. Ja, komm natürlich. Ja, genau. Gut besitzt. Ähm. Guck, wie lecker ist es denn jetzt einfach zu sein. Wo? Wo? Egoi. Oh. Grüß dich. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Äh. Hä? So, hier. Muss man was halten? Ja. Was ist mit der Rüstung? Die Sensor, die ist drin. Wo? Da hab ich Chance auf kritischen Schaden, Kraft und alles, da hab ich immer mal null. Ja, ich weiß nicht. Das ist jetzt alles, was ich will zeigen. Boah. Sieht aber ganz schön heiße aus. Ey, die sind besser als jeder. Passt doch irgendwie zu deiner Rüstung, die anderen. Ja, aber. Ja. Ja. Oh, Alter. Würde anstecken, aber fein. Äh, die haben wir, ne? War die wirklich besser als die andere Rüstung? Ne. Ist ja gar nicht besser. Warum nehm ich sie dann? Deswegen immer erst einsammeln. Ja. Ich find das Geld bloß. Ja. Neue Stiefel. Die Stiefel. Ich hab schon aufgeregt. Eigentlich irgendwas. Das ist viel besser. Ja, wie sehr nicht cool aus. Egal. Hat mir denn irgendwas, was man erst an bestimmten Stufe legen kann? Ja. Und jetzt ist er ein Zergriffe. Das weiß ich nicht. Ähm, weiter. Ja. 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 Was ist denn hier? Weiß ich nicht. Zeit, aber da! 8 Minuten! Ihr seid ja durchgekommen. Ich meine, ich bin tot, aber ich kann auch nicht fliegen. Wand! Rüber! Wand! Rüber! Wand! Rüber! Okay. Ja, recht. Immer recht. Ragey. Der hätte DG lieben. Ja, weil... Wenn er sich fragt, was das einfach ist, dann wird er jetzt noch ein Jahr hier sitzen und überlegen. Passt an. Gut Spruch. Für einen Spitzner. Du kennst doch so... Yogi, Lüvi... Du bist Rangie! Don't you! Don't you! Boah! Boah! Dem ist Wanko Arschloch. Levern die bitte! Gämerchen! Gämerchen! Der Lieferant wird uns nicht Seichen. Gämi! Gämi! Hört sich mir an, es werden Lieferant mit dem Gämer. Hahaha! Wie eine Aussage. Ja, schon. Gämerchen! Ja. Ja. Gämerchen! Oh nein! Gämerchen! Ach, die Hinkruppeln auf Left 4 Dead auf 3... ...eine... Ich weiß nicht. Nein, danke. Ich mein auch nicht. Schade. Ich hätte noch einen LPT machen können. Aber ich bin jetzt nicht noch bereit, noch mal zwei neue Xbox-Controller zu holen, dafür dass wir nur... ...ne? Ähm... Eigentlich nicht. Einmal benutzen wir uns. Es gibt ja auch noch mehr, die man... ...togender spielen als Xbox-Controller sieht. Ist das Xbox? Nein! Ich weiß nicht. Ich muss mal gucken. Naja, kurz dringend erst mal darauf. In dieser Zeit? Aber, weil ich den einfach bald nennen. Ach, deswegen. Weil du das schon brauchst. Ich muss ja gucken. Hahaha! Und den du dann da reinstellst. Ich muss ja gucken. Ja, wir haben... Ich muss ja gar nicht wissen. Ah, dumm! Na, was soll ich denn mit in der Affe machen? Dann hat das auch schon einen Runde. Das funktioniert doch. Ein paar Sachen in der Affe machen? Das passiert auf dem. Ich muss noch ein Ding, wenn ich das zin私. usschfeiert. Das macht alles so gut. Ja, gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Nein! Einfach ins Loch! Ich kann nicht weg! Wollen wir jetzt sagen, dass wir die Treppen brauchen? Hm? Mehr bekommen! Was für's wollen, zwei! Bleib raus weg! Oh! Oh! Was? Da muss da rein, du! Wo? In der hier! Ha! Hast du eine Kugel? Nein! Nein, kein Mann für eine Kugel! Nein! Ey! Wofür solltest du sonst die zweiten Zeiten hochholen? Das wäre doch bei uns sinnlos, oder nicht? Weiß nicht! Nehm jetzt nicht den! Wo ist denn Payroll? Ja! Ja! Das klingt schon voll verhalten! We play too much! Wo Niveau keinen Namen hat! Das ist ein Niveau! Ja, das ist ein Niveau! Das ist ein Niveau! Das ist ein Niveau! Das ist ein Niveau! Wie war das noch mit dem Pokerz? Oh! Und wir haben was Neues auch noch! Haben wir? Ja! Was heißt auch unten? Ja! Ja doch! Check mal die... Check mal die... We play too much! Facebook-Seite! Und hast du schon gesehen welchen Kurs? Hast du es gepostet? Ja! Check mal! Ich schleiche nicht! Ich schleiche nicht! Ich hau die Regen nicht weg! Wie war es noch mit South Park? Krieger-Maria-Schokolade-Dew! Ja, was bringt mir das denn, dass die Dadaise schlechter das Scheißring? Ja! Was? Was? Dieses Spiel... Klasse! Warum das Pläts jetzt überhaupt? Jetzt frage ich mich noch was gleich Spiderman auch übrigens! Was? Warum so das Ganze Pläts? Was ist denn? Wohh! Ich hab jetzt ja alles so perfekt mit mir! Da würde ich dann erst in den nächsten Part reingehen... Weil wir beachten sind und ich weiß nicht mehr genau, was da ist. Okay. Okay. Äh, warte mal. Wird das noch raus, ne? Entschuldigung. Entschuldigung. Hä? Was? Ich werde auch vor, dass er steht. Oh nein. So, okay. Typisch verdammt. Achso, mach. Warte, achso. Pass auf, du es bitte noch mal. Das ist nicht so lustig. Weil ich will, in keinem auch jetzt, während der Session mein Handy rauszuhören. Das ist doch so nach. Das ist doch mit G zu Ende. Ja. Und? Gangbang Koala. Ja. Ich wusste es gar nicht mehr, deswegen soll es das vorlesen. Der Gangbang Koala, Mann. Gangbang Koala. Jetzt werden wir herausgefunden, was sehr informativ ist natürlich, dass ein weiblicher Koala zwei Vaginas hat. Ja. Und? Gangbang Koala. Das will die Koala da Spaß haben. Ja. Zwei Mumus. Ein Yoga gedehnter Popo. Alles geht hier an. Ja, was? Nee. Der Yoga-Lehrer und Michael. Führen Sie Ihren Anus jetzt zum Boden. Ihr Bund und Ihr Anus mit einem. Sieht den Einklang. Ja. Weißt du Bescheid. Gehen Sie an, meine Freunde. Angucken. Wie war es noch bei GDP auf sein Shirt? Mein Yoga-Trainer kann Big Yoga-Trainer. So. Dann bis zur nächsten Folge, zur letzten Folge dieser Woche. Ja. Ja. Wiedersehen, tschüss. Tschüss. Tschüssz. Ums com'소리가 tutaj? Notikle. Yeah.